Kalif Browder war erst 16 Jahre alt, als er einfach mit einem Freund von einer Party auf dem Weg nach Hause war. Plötzlich stoppte ein Polizeiauto neben ihm. Dass dieser Moment für immer sein Leben verändern sollte, war ihm nicht bewusst. Kalif glaubte, dass er wieder einmal in eine Routinekontrolle geraten war. Das passierte ihm öfter. Schließlich lebte er in New York. Diesmal wurde er aber beschuldigt, vor kurzem einen Rucksack gestohlen zu haben. Er wurde gegen eine Wand gedrückt, bekam Handschellen angelegt und landete auf einem Polizeirevier. Nach einer kurzen Vernehmung landete er schließlich in dem berüchtigsten Gefängnis der USA, auf Rikers Island. Drei Jahre sollte er unschuldig in dieser Hülle verbringen müssen, fast zwei Jahre davon in Isolationshaft. Als er endlich wieder nach Hause durfte, gab er sich alle Mühe, zurück ins Leben zu finden und für sich Gerechtigkeit zu fordern. Doch das Erlebte aus seiner Zeit auf Rikers verfolgte ihn weiter. An dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. In diesem Fall geht es um physischen und psychischen Missbrauch sowie um Suizid. Kalifs Start ins Leben war nicht einfach. Er wurde am 25. Mai 1993 in der Bronx, einem Stadtteil von New York, geboren, dem Epizentrum der Armut in New York. Kalif wurde von seiner Mutter direkt nach der Geburt weggenommen, denn sie war drogensüchtig. Er kam zunächst als Pflegekind zu Vinida und Everett Broder. Es geschah nicht zufällig. Das Ehepaar Broder hatte nämlich schon die älteren Geschwister von Kalif aufgenommen. Findet das Jugendamt in New York heraus, dass man bereits eines der Kinder aufgenommen hat, bekommt man nämlich automatisch die Geschwister. So bekam das Ehepaar Broder zuerst Dion, dann Kamal und schließlich Kalif. Die leibliche Mutter bekam nie die Behandlung, die sie gebraucht hätte. Sie wurde stattdessen kriminalisiert und bekam nie die Chance, sich selbst um ihre Kinder kümmern zu können. Denn wenn ein Kind bei der Geburt drogenabhängig ist, bekommt die leibliche Mutter niemals das Kind, egal wie viel oder was sie genommen hat. Vinida Broder wollte schon immer eine große Familie haben und abgesehen von den beiden Söhnen Shehan und Rahim, die sie bereits mit ihren Ehemann hatte, adoptierte sie fünf weitere. Dazu gehörten Akim, Nicole, Kalif und seine Brüder. Auch kümmerte sich Vinida um weitere Pflegekinder. In 15 Jahren sollen es ca. 30 Kinder gewesen sein. Seine Geschwister erzählten über Kalif, dass er sehr lustig, lebhaft und immer zielstrebig gewesen sei. Aber er habe auch immer etwas zu erzählen gehabt, habe nie damit aufgehört. Er habe die blödeste Lache gehabt, habe pausenlos lachen können. Er hatte auch ein gutes Herz. Eine Freundin von Kalif, Liana Bedgood, berichtete, dass er mit ihr und einer Freundin zum Strand habe gehen wollen. Sie wollten erst nicht, sie hätten sich geschämt. Kalif erklärte, dass sie sich absolut nicht zu schämen bräuchten, denn sie seien wunderschön. Liana erklärt, er habe sie selbstbewusster gemacht. Er sei ein sehr guter Freund gewesen. Kalif hatte zwei enge Freunde, David Severino und Tyron Pennington. In ihrer Kindheit und frühen Jugend habe man sie die drei Musketiere genannt. Sie verbrachten viel Zeit zusammen, mit Gaming und Sport. Erst im Alter von 12 oder 13 Jahren hatte Kalif erfahren, dass er adoptiert sei. Jemand aus der Familie habe ihm das gesagt. Das warf ihn etwas aus der Bahn. Hinzu kam jedoch, dass sich Everett Broder von Venida trennte. Es war keine Trennung im Guten. Und von nun an sah Kalif seinen Adoptivvater nur noch sehr selten. Kalif traf das sehr und er war in dieser Zeit orientierungslos. Nachdem Everett weg war, veränderte sich Kalif. Er hing nun auf der Straße herum. Er wuchs in einer Gegend mit mehreren Gangs auf. Die Straße, in der er lebte, gehörte zu dem Platz. Er trat diesen bei. Sein Gangname lautete Spade, zu Deutsch Peek. Er hatte auch ein dementsprechendes Tattoo. Jamel Peterson, einer dieser Freunde der Straße, berichtete, dass Kalif nun öfter die Schule schwänzte. Man traf sich stattdessen, konsumierte etwas Gras und trank. Man hätte einfach Spaß gehabt. Schließlich kam es jedoch zu einem Vorfall, der für später sehr wichtig sein wird. Kalif hatte sich einen Bäckereilieferwagen für eine Spritztour ausgeliehen und wurde verhaftet. Es sei aus einem Gruppenzwang heraus passiert. Kalif selbst erklärte, dass er damals ein absoluter Mitläufer gewesen sei. So wie ich das verstanden habe, war Kalif damals noch keine 16 Jahre. Denn New York ist einer von zwei Bundesstaaten der USA, der die volle Strafmündigkeit auf 16 Jahren reduziert hat. Für die Aktion mit dem Lieferwagen bekam Kalif fünf Jahre auf Bewährung. Somit war er nun aktenkundig und durfte sich rein gar nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Am Abend des 14. Mai 2010 um 10.30 Uhr ging der 16-jährige Kalif zu einer Party einer seiner Freunde. Um circa zwei Uhr nachts machte er sich mit einem Freund auf dem Heimweg. In der Air 5th Avenue hielt plötzlich einen Polizeiwagen neben ihn. Zuerst war Kalif nicht beunruhigt. Routineuntersuchungen sind vor allem in New York an der Tagesordnung. Er hatte das schon mehrfach erlebt. Angemerkt werden hier muss eine Statistik. Im Jahre 2011 mussten sich diesen Routineuntersuchungen 53% Schwarze, 34% Latinos und nur 9% Weiße unterziehen. Es sollte sich diesmal nicht um eine solche Routineuntersuchung handeln. Neben dem Polizisten saß noch jemand im Wagen. Kalif konnte diesen jedoch nicht sehen. Der Polizist stieg aus und erklärte Kalif, dass er verdächtigt werde, vor circa zwei Wochen jemanden überfallen zu haben und einen Rucksack gestohlen zu haben. In diesem soll er sich eine Kamera, 700 Dollar, eine Kreditkarte und ein iPod befunden haben. Das Opfer saß im Polizeiwagen. Er habe Kalif erkannt. Kalif wurde in Handschellen gelegt. Der Polizist habe aber zunächst gemeint, dass er sich keine Gedanken machen müsse. Man würde nur mit ihm aufs Revier fahren. Dort müsste man schauen, ob ein Bericht geschrieben werden müsste. Danach könnte er wahrscheinlich wieder gehen. Im Verhör erklärte Kalif von Beginn an, dass er niemanden überfallen habe und nicht wisse, warum er verhaftet worden sei. Er selbst, Benida und seine Geschwister glaubten, dass er am nächsten Tag wieder gehen könnte. Doch dem war nicht so. Kalif wurde nach Rikas Island in Untersuchungshaft gebracht. Und das, obwohl es in diesem Fall bereits von Beginn an viele Unstimmigkeiten gab. Das Opfer endete seine Geschichte dreimal. Es gab Widersprüche, wann der Überfall überhaupt stattgefunden haben soll. In den Unterlagen der Polizei fanden sich mehrere Fehler. Die Zeiteingaben waren völlig durcheinander. So stand in der Strafanzeige die Behauptung, der Überfall habe am 2. Mai 2010 stattgefunden. In einem anderen Bericht wurde der 8. Mai 2010 angegeben. Es gab auch keinen Durchsuchungsbefehl, um nach dem Raubgut zu suchen. Auch gab es in der Nähe des angeblichen Tatorts eine Kamera. Das Material wurde aber nie sichergestellt. Die Stadt konnte den Zeitpunkt des Notrufes des Opfers auch nicht bestätigen. Zudem gab es keinen Polizeibericht. Kalifs Kaution wurde festgesetzt auf 3.000 Dollar. Die Bürgschaft auf 900. Es mag sich vielleicht nach einem relativ kleinen Betrag anhören, aber Venida hatte das Geld nicht. Nicht lange zuvor hatte sich ja ihr Mann von ihr getrennt. Sie war finanziell abhängig von ihm. Er zahlte jedoch nur das Nötigste. Zum Teil hatte Venida nicht einmal etwas zu essen zu Hause. Sie selbst konnte auch nicht arbeiten gehen. Sie hatte Herzprobleme. Ihren ersten Herzinfarkt erlitt sie im Jahre 2000. Ihren zweiten im Jahre 2007. Danach hatte ihr Herz nur noch 25% Leistung. Everett, der Adoptivvater, war zwar zu jedem Zeitpunkt bereits in Rente, hätte jedoch wohl zahlen können. Er tat es aber nicht. Für viele arme Bewohner der Bronx ist die Höhe der Kaution meist auch egal. Sie haben einfach kein Geld. Und somit kommen sie selbst für die kleinsten Vergehen nicht aus der Untersuchungshaft heraus. Venida schaffte es aber trotzdem, die 900 Dollar aufzutreiben. Sie leite es sich von Nachbarn. Sie brauchte dafür zwei Wochen. Beim Kautionshändler erwartete sie jedoch eine böse Überraschung. Die Kaution wurde verweigert, weil Kalif gegen die Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Das bedeutet, er würde Rikas erst verlassen können, wenn er beweisen konnte, dass er unschuldig war. Am Strafgericht der Bronx konnte dies jedoch Jahre dauern. Die einzige Möglichkeit, dann aus Rikas rauszukommen, ist, sich schuldig zu bekennen. Egal, ob man die zur Last gelegte Straftat nun begonnen hat oder nicht. Kalif wurde auf Rikas zunächst zu den Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren gesteckt. Aber gerade unter ihnen herrscht jedoch viel Gewalt. Draußen gehörte Kalif, wie erwähnt, einer Gang an, die sich Blatt nannte. Im Gefängnis lehnte er dies jedoch ab. Er wollte nicht mehr Spade genannt werden. Er sei nicht mehr diese Person und wollte nur noch Kalif genannt werden. Er wollte keiner Gang breittreten, weil er sonst bei Sachen hätte mitmachen müssen, mit denen er nicht einverstanden gewesen wäre. Keiner Gang anzugehören, ist jedoch in dieser Umgebung sehr gefährlich. Bei den jugendlichen Häftlingen auf Rikas gibt es etwas, das sie das Programm oder auch die Schule der Gladiatoren nennen. Man musste Teil davon sein. Die Schwächeren bzw. Neuen müssen ihre Telefonzeit, Essen und Ähnliches abgeben. Kalif wollte das nicht, lehnte es ab, einer Gang anzugehören und wollte seine Sachen auch nicht abgeben. Es dauerte nicht lange. Da wurde Kalif das erste Mal von acht bis neun mit Häftlingen angegriffen. Es geschah im Aufenthaltsraum. Von dem Angriff gibt es auch ein Video. Man sieht Kalif auf einem Tisch sitzen. Jemand sprüht eine der Kameras mit Rasierschaum ein und Kalif wird angegriffen. In dieser Umgebung wird man immer und immer wieder angegriffen und geschlagen, bis man sagt, dass man dabei ist. Kalif weigert es sich jedoch weiterhin standhaft. In solchen Fällen wird die Person in den Bus gesetzt. Das bedeutet, er wird so heftig geschlagen, dass er zu seiner eigenen Sicherheit in einen anderen Bereich verlegt wird. Dort erlebt man höchstwahrscheinlich dasselbe. Kalif war in vielen Bereichen. Er wurde immer wieder verprügelt, auch weil andere sich damit profilieren wollten. Die meisten Wärter lassen das zu, oder auch mehr. Sie sind teilweise selbst sehr brutal, schlagen und bestehlen die Insassen. Ausschmuggeln sie Zigaretten, Drogen und Waffen. Auch Kalif bekam es mit den Wärtern zu tun. Er berichtete später von einem Vorfall, der ebenfalls auf Video festgehalten wurde. Die Häftlinge hätten um 4.30 Uhr aus ihren Zellen rausgelassen werden sollen. Tatsächlich seien sie jeden Tag bis 6.30 Uhr oder 7 Uhr in ihren Zellen eingesperrt gewesen. Sie hätten nichts zu essen bekommen. Als man sie endlich rausließ, war Kalifs erster Gedanke, Essen. Das war aber noch nicht fertig, und 5 bis 10 Minuten später kamen einige Beamte, die befahlen, dass sie zurück in ihre Zellen sollen. Kalif meinte, er hätte einfach genau das tun sollen. Aber sie waren gerade erst rausgekommen. Er hatte nichts gegessen. Er hatte sich nicht an die Anweisungen gehalten. Er hatte ja ein Recht auf Essen. Er wurde von den Wärtern zurück in die Zelle gebracht, da sich dort keine Kameras befinden. Dort griffen sie ihn an, fesselten ihn auf den Rücken und schlugen auf ihn ein. Etwas später kam es schließlich zu dem Vorfall, der Kalifs Situation noch einmal extrem verschlimmern sollte. Auch das wurde auf Video festgehalten. Hierzu muss man zunächst erklären, dass auf Rikas eine ganz eigene Gang entstanden ist. Die Young Gunners, also die jungen Streber. Ihr Ziel war es, die Wohnbereiche unter Kontrolle zu bringen. Kalif schlief in seiner Zelle. Dann hörte er Geräusche und Schritte. Er kam aus seiner Zelle, um zu sehen, was los war. Überall waren Leute, die sich prügelten. Kalif, der lange versucht hatte, kämpfen aus dem Weg zu gehen, erkannte bald, dass er ohne Ganganschluss nur eine Möglichkeit hatte zu überleben. Er musste sich mit Fäusten Respekt verschaffen. So griff er an diesem Abend ein hohes Gangmitglied der Young Gunners an. Nach dieser Massenschlägerei wurde Kalif wieder verlegt. Als er an den Gangmitgliedern vorbeilief, flüsterten sie ihm zu, dass er nun tot sei. Nicht viel später, am 20. Oktober 2010, kam es schließlich zu einer weiteren Schlägerei mit den Gangmitgliedern der Young Gunners. Kalif war gerade erst wieder in einem weiteren Gebäude untergebracht worden. Ein Gangmitglied spuckte ihm ins Gesicht. Er wollte das nicht auf sich beruhen lassen und schlug zu. Die Situation geriet außer Kontrolle. 32 Häftlinge schlugen auf ihn ein. Zunächst war nur ein einzelner Wärter vor Ort. Dann kam ein weiterer hinzu. Im Video sieht man, dass sie es zunächst schafften, Kalif von den anderen zu trennen. Doch die Zellentür konnte leicht aufgetreten werden und Kalif wurde ein weiteres Mal angegriffen. Die Wärter machten in diesem Video nicht den Eindruck, als würden sie ihm helfen wollen. Eher so, als würden sie es einfach zulassen oder sich abwenden. So gut wie alle Beteiligten bekamen danach sogenannte Box-Tage, also Isolationshaft. Die Angreifer bekamen teils über 40 Tage. Kalif verbrachte dort viel, viel mehr Zeit. Der Bereich der Isolationshaft auf Rikers wird The Bing genannt. Er umfasst 5 Stockwerke und 100 Zellen pro Etage. Der Name ist darauf zurückzuführen, was die Isolationshaft mit einem Gehirn macht. Nämlich Bing. Nach dem Vorfall am 20. Oktober 2010 musste Kalif das erste Mal in die ISO-Haft. In erster Linie war sie für ihn quasi als Schutz gedacht, da die Gangmitglieder ihn auf der Liste hatten. In der Box gibt es absolut nichts. Es handelt sich um eine 3,5 x 2,5 Meter große Zelle mit einem Bett, einem Klo und einem Waschbecken. Die hygienischen Umstände sind teils katastrophal. Die Häftlinge hier haben keinen menschlichen Kontakt, außer den drei Mahlzeiten, die durch den Schlitz in der Tür geschoben werden. Unter solchen Umständen nimmt jeder noch so starke Mensch psychischen Schaden. Nach einer gewissen Zeit benehmen sich die Häftlinge wie Tiere, schlagen an die Zellentüren, schlagen ihre Köpfe gegen das Glas, schreien unaufhörlich, stundenlang. Die Folgen einer Isolationshaft sind bekannt. Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn, gesteigerte Angst, mangelnde Impulskontrolle, Depression, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen und vieles mehr. Man gelangt schnell in die Isolationshaft. Ein kleiner Verstoß reicht meist schon aus. Die Dauer der Strafe hängt hierbei vom Verhalten ab. 90 Tage waren das offizielle Maximum, aber die sogenannten Tickets der Verstöße konnten gesammelt werden. So gelangen manche Häftlinge zu Jahren Isolationshaft. Laut UNO galt mehr als 15 Tage Isolationshaft als Folter. Khalif war mit gerade 17 Jahren das erste Mal in Isolationshaft. Insgesamt 300 Tage am Stück. Man darf nicht vergessen, rechtlich gesehen galt Khalif weiterhin als unschuldig. Verhandlungen fand bis dato noch nicht statt, was jedoch nicht bedeutet, dass er bislang noch nicht vor Gericht erschienen war. Im Gegenteil, während seiner Haftzeit wurde Khalif 30 Mal zu Gericht gefahren. Hierbei sah er meist jedoch nicht einmal seinen Anwalt oder auch nur einen Richter. Jedes Mal, wenn er zu Gericht kam, erwartete er seine Verhandlung. Diese wurde ihm jedoch nie zugestanden. Eigentlich hatte man ein Anrecht auf einen zügigen Prozess. Das heißt, er sollte innerhalb von sechs Monaten stattfinden. In New York gibt es jedoch ein Gesetz namens Ready Rule. Das bedeutet, dass der Bezirksstaatsanwalt in einer bestimmten Zeitspanne bereit für die Verhandlung sein muss. Die Art und Weise, wie die Tage kalkuliert werden, beachten jedoch nicht die Verzögerungen am Gericht. Die Richter am Gericht der Bronx verhandeln pro Tag ca. 100 Fälle. Die Unschuldigen verbringen so teils mehr Zeit auf Rikers Island wie die Schuldigen. Als Khalif am 10. Dezember 2010 vor Gericht kam, verbrachte er bereits 209 Tage auf Rikers Island, davon 52 Tage in Isolationshaft. Die Staatsanwaltschaft erklärte jedoch vor Gericht, dass sie noch nicht so weit seien, aber sie seien es in einer Woche. Dem Staatsanwalt war wohl durchaus bewusst, dass es unmöglich war, innerhalb einer Woche einen freien Gerichtssaal zu finden. So erfolgte die Vertagung. Diese konnte Monate dauern. Diese Monate werden jedoch dem Staatsanwalt nicht angerechnet. Manche missbrauchen diese Umstände. Erst 49 Tage später, am 28. Januar 2011, kam der erneute Gerichtstermin. Hier wieder die gleiche Sache. Der Staatsanwalt erklärte erneut, nicht bereit zu sein. Er beantragte eine weitere Woche Aufschub. Weitere 40 Tage später, am 9. März 2011, hatte der Staatsanwalt die Ausrede, dass es diesmal eine Terminüberschneidung gebe. Weitere 42 Tage später, am 20. April, inzwischen verbrachte Kalif 340 Tage auf Rikers Island, davon 183 Tage in Isolationshaft, wurde die Verhandlung erneut verschoben. Dieses Vorgehen war keine Ausnahme, sondern stellte die Regel dar. Meist wartet man einfach nur ab, denn so gut wie jeder gesteht nach einer Weile auf Rikers Island, auch wenn er eigentlich unschuldig ist. Sie können den Druck nicht standhalten. Das System ist sogar darauf angewiesen, dass man gesteht und auf Deals eingeht. Es gibt nicht genug Richter und auch die wenigen Pflichtverteidiger sind vollkommen überfordert. Teilweise standen bei Kalifs Pflichtverteidiger täglich bis zu 120 Fälle im Kalender. Am 23. Juni 2011, nach 404 Tagen auf Rikers, davon 247 Tage in Einzelhaft, hatte Kalif einen weiteren Gerichtstermin. Diesmal machte der Staatsanwalt ihm ein Angebot. Er sollte dreieinhalb Jahre bekommen für den Raub zweiten Grades. Kalif lehnte es ab. Er wollte sich keinesfalls schuldig bekennen. Er sagte später hierzu, Ich bin es nicht gewesen. Ihr werdet mich nicht dazu bekommen, zu gestehen, nur damit ich nach Hause kann. Wenn ich hierbleiben muss, um zu beweisen, dass ich unschuldig bin, dann soll es so sein. Er wollte seinen Fall verhandeln lassen. Etwas, was so gut wie nie passiert. Es hatte einen Grund, weshalb ihm das so wichtig war. Bekennt man sich vor Gericht schuldig oder wird verurteilt, selbst für ein kleines Vergehen, verliert man in den USA alle bürgerlichen Grundrechte, die man auch nie wieder zurückbekommt. Zum Beispiel das Wahlrecht, das Sozialrecht oder Sozialleistungen für ein Studium. Kalif wusste, was es bedeutet, weil sein Bruder Akim im Jahre 1997 aus heiterem Himmel festgenommen wurde. Akim wurde beschuldigt, für Übergriffe auf elf Mädchen in der Bronx verantwortlich zu sein. Er war damals erst 15. Eine Frau habe auf ihn gezeigt und behauptet, er habe ihre Tochter entführen wollen. Akim kannte das Mädchen vom Schulbus fahren. Eines Tages schwänzten sie gemeinsam die Schule und zwischen ihnen kam es zu Intimitäten. Als Sicherheitsleute auftauchten, rannte er weg, weil er Angst hatte. Die Polizei stellte ihn öffentlich als den Bronxvergewaltiger hin. Allerdings wurde nach der Beschreibung von Opfern ein ca. 26 Jahre alter Latino gesucht. Für Akim konnte sich die Familie damals jedoch einen guten und teuren Anwalt leisten. Die 50.000 Dollar konnten durch eine Hypothek auf das Haus aufgetrieben werden. Akim sollte 20 Jahre bekommen, wenn er sich nicht schuldig bekannte. Mit der Anklage wartete man ab, bis er 16 wurde, damit man ihn als Erwachsenen anklagen konnte. Somit wäre er im Falle einer Verurteilung ein Verbrecher und nicht Jugendstraftäter. Akim bekannte sich in einem Falle der Unzucht als schuldig. Alle anderen Vorwürfe wurden fallen gelassen. Er saß drei Monate auf Rikers und fünf weitere Monate im Staatsgefängnis. Danach galt er als registrierter Straftäter. Die lange Zeit der Isolationshaft ging auch an Kalif nicht spurlos vorbei. Er begann bald, mit sich selbst zu reden und Stimmen zu hören. Er wurde in eine Psychose getrieben. Als er nach einem Psychiater verlangte, wurde dies abgelehnt. Kalif spielte, wie er psychisch immer mehr kaputt ging und begann schließlich auch an Suizid zu denken. Niemand wollte ihm helfen. Nach einer Weile gab er die Hoffnung auf. Am 11. März 2012 machte er aus einem Bettlaken eine Schlinge, die er an der Lampenhalterung band. Die Wärter beobachteten ihn dabei. Anstatt jedoch rechtzeitig einzugreifen, riefen sie ihm zu, Spring, spring. Du meintest doch, du wolltest dich umbringen. Worauf wartest du? Sie öffneten ihm die Zelle und Kalif sprang. Die Wärter sahen erst einmal zu. Erst dann kamen sie zu ihm in die Zelle und schnitten ihn ab und begann auf ihn einzuprügeln. Kalif kämpfte sich auf den Gang, wusste, da gibt es Kameras. Man sieht in dem Video, wie sie zu zweit auf ihn losgingen. Im Bericht später heißt es Fluchtversuch. Der Gefangene habe sich entzogen und wiederholt widersetzt. Dieser Suizidversuch wurde nie als solcher eingeschätzt. Auch die Familie erfuhr nie davon. Es wurde als zielgerichtete Aktion gewertet, um aus der Isolationshaft zu entkommen. Es sei quasi Simulation gewesen. Kalif unternahm vier weitere Suizidversuche auf Rikers. Nach jedem Versuch wurde er wieder in Einzelhaft gesteckt. Sie erfolgten immer dann, wenn er wieder vor Gericht war und die Hoffnung hatte, heute könne er endlich wieder nach Hause kommen. Aber dann musste er doch wieder zurück nach Rikers. Ein weiterer Vorfall, der auf Kameras aufgezeichnet wurde, fand am 23. September 2012 statt. Mit dem Werter Vaughn Greennage hatte Kalif schon länger Probleme. Zwischen ihnen herrschte viel Spannung. Gestritten wurde über Dinge wie Seife, Benutzung des Telefons, Toilettenpapier und Ähnliches. Im besagten Video sieht man Kalif, wie er die Hände mit einem Handtuch aus dem Türschlitz steckt. Der Werter kam zu seiner Zelle und meinte zu ihm, dass er ihn in der Dusche verprügeln werde. Dort gibt es nämlich keine Kameras. Er öffnet die Zelle und sie machen sich auf den Weg in die Dusche. Sie kamen aber nur wenige Schritte weit. Der Werter greift plötzlich an, drückt Kalif heftig zu Boden und fesselt seine Hände auf dem Rücken. Ein weiterer Werter kommt hinzu, um dem anderen zu helfen. Schließlich ein dritter und weitere. Kalif konnte sich schon nicht mehr wehren, als er von dem ersten Werter zu Boden gedrückt worden war. Im Bericht später heißt es jedoch, Kalif habe sich losreißen wollen. Die Werter hätten genau das Richtige getan. Der Staatsanwalt hatte noch einen weiteren sehr gewichtigen Grund, warum er den Fall immer weiter herauszögerte. Er hatte nämlich keinen Zeugen. Das Opfer des Raubes war nämlich schon längst nach Mexiko zurückgekehrt. Das Opfer war in Begleitung seines Bruders zweimal vor Gericht erschienen, doch es passierte nichts. Sie warteten ein Jahr ab. Das Opfer entwickelte erhebliche psychische Probleme nach dem Raub, weshalb er schließlich zurück nach Mexiko ging und dort auf dem Land lebte. Die Staatsanwaltschaft hielt die Anklage dennoch aufrecht. Immer wieder wurde behauptet, dass man mit dem Zeugen in Kontakt stehen würde und der Richter ließ es zu, hinterfragte es auch nicht weiter. Stattdessen wurde Kalif immer weiter gedrängt, sich endlich schuldig zu bekennen. Zwischen Juni 2011 und Februar 2012 lehnte Kalif 13 Angebote ab. Die sich kam eine neue Richterin an das Gericht der Bronx, Patricia Di Mango. Sie wurde im März 2013 beauftragt, den Rückstau aufzuarbeiten. Der Staatsanwalt bot nun an, die Klage fallen zu lassen und auf zwei kleinere Vergehen zu reduzieren. Im Falle eines Geständnisses dürfte Kalif nach weiteren vier Monaten Rikers verlassen. Die Richterin Di Mango drängte ihn, das Angebot anzunehmen, doch Kalif lehnte ab, bestand auf sein Verfahren. Erneut erklärte der Staatsanwalt, er sei nicht bereit und bat um weitere zwei Wochen. Er stünde mit dem Opfer in Kontakt, der befinde sich aber in Mexiko, sei aber bereit, für die Verhandlung einzufliegen. Drei Wochen später kamen sie erneut zusammen. Wieder war man nicht bereit, hatte keinen Zeugen und es wurde immer deutlicher, dass sie eben keinen Zeugen haben. Die Richterin erklärte Kalif, dass sie 33 Monate im Falle eines Geständnisses mit einberechnet werden würden und er noch am gleichen Tag entlassen werden könnte, ohne Bewährung. Die schwere Straftat würde in ein Vergehen umgewandelt werden. Kalif lehnte erneut ab, obwohl die Richterin erklärte, die Staatsanwaltschaft stünde mit dem Opfer in Kontakt und im Falle eines Schuldspruches könnte er bis zu 15 Jahre bekommen. Für Kalif war es die schwierigste Entscheidung, die er je treffen musste, aber er musste es tun, um seine Unschuld zu bewahren. Der Fall wurde vertagt auf den 19. April 2013. Die Staatsanwaltschaft versicherte, dass dann der Zeuge da sein werde. Das war natürlich nicht der Fall. Nun schien auch die Mango zu erkennen, was hier gespielt wurde und der Staatsanwalt musste erkennen, dass er dieses Spiel nicht ewig fortführen würde können. 1126 Tage nach seiner Verhaftung zog die Staatsanwaltschaft schließlich offiziell die Vorwürfe zurück. Kalif war bei diesem Termin nicht einmal selbst anwesend, doch am 29. Mai 2013 um 2.30 Uhr wurde Kalif schließlich freigelassen. Als Kalif entlassen wurde, war das einzige, was er bekam, eine Fahrkarte, sonst nichts. Auch keine Hilfe, um sein Gefängnistrauma überwinden zu können. Nach der Haft war er nicht mehr derselbe. Wenn jeder seine Mutter erzählte, er sei da gewesen, aber auch nicht, wenn er über Rikers nachdachte, schlug er auf Wände ein. Kalif selbst berichtete in einem Interview, ich soll es hinter mir lassen, als sei alles okay, aber es ist nicht okay. Ich habe meine Kindheit verloren, ich habe meine Fröhlichkeit verloren. Auf Rikers Island hatte er Schläge, Hunger und Folter erleiden müssen. Nach seiner Entlassung ging er zu elf verschiedenen Anwälten. Sie alle wiesen ihn ab, meinten, dass er keine rechtlichen Ansprüche habe. Kalif ging es nicht um Geld, es ging ihm darum, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt. Einer von Kalifs Brüdern kontaktierte schließlich Paul Prestia. Dieser hatte keine Zweifel daran, dass Kalif Anspruch auf Entschädigung hat. Das Ziel war es, die Stadt zu verklagen. Die Forderung 20 Millionen Dollar. Prestia kontaktierte die Medien und diese begannen sich dem Thema zu widmen. Kalif selbst wollte auch berichten, was passiert war, was man mit ihm gemacht hatte. Im November 2013 reichte Kalif Klage gegen das NYPD, den Staatsanwalt der Bronx und die Gefängnisbehörden ein. Die lange Zeit der Einzelhaft hatte jedoch Spuren hinterlassen. Im Dezember 2013 unternahm Kalif einen weiteren Suizidversuch. Er kam ins Krankenhaus und wurde psychiatrisch untersucht. Es hieß, es sei vor allem der Stress wegen des Übergangs. Er bekam Risperidon, ein Medikament, das er schon in der Einzelhaft bekommen hatte. Kalif erklärte, das habe ihm die Augen geöffnet. Er hatte so lange gekämpft. Nun wollte er endlich leben. Er wollte mehr für sich und sein Leben, wollte nachholen, was er verpasst hatte. Er holte seinen Highschool-Abschluss nach und schaffte es auf das Bronx Community College. Im Hauptfach studierte er Wirtschaft. Er wollte einmal seine eigene Firma haben. Nach außen schien er glücklich und sehr zielstrebig. Er hatte auch sehr gute Noten. Kalif schien angekommen zu sein. Doch die Psychose durch die Isolationshaft hatte ihn aus dem Gefängnis heraus begleitet. Er fühlte sich von allen verfolgt, glaubte man wolle ihn wieder in das Gefängnis schicken. Ein beiden begann zu kämpfen. Der Typ schoss und Kalif wurde aus kürzester Entfernung in den Bauch getroffen. Er hatte Glück, er kam mit einer Fleischwunde am Bauch. Drei Tage vor Weihnachten wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Kaum zu Hause ging er Geschenke einkaufen. Er kaufte einen Topf und einen Pfannsitz für seine Mutter, der wusste, sie kocht so gern. Er war mit seinen Einkäufen auf den Weg nach Hause, doch er bekam einen paranoiden Schub. Er ging in das oberste Stockwerk eines Gebäudes und predigte darüber die Polizei und das Internet. Jemand rief schließlich die Polizei. Kalif verbrachte Weihnachten somit in der Psychiatrie in Harlem. Später kam Kalif einmal mit einer schweren Verletzung in die Schule. Er erklärte, dass ein Kerl aus seinem Viertling gefragt hätte, was mit seinem Fall sei. Kalif wollte nicht darüber reden. Dort der Kerl lief ihm nach und holte ein Messer heraus. Der Kerl beugte sich über ihn. Kalif musste seine Hand festhalten, damit diese ihm nicht ins Gesicht stach. Kalif glaubte, verflucht zu sein. Er hatte Albträume, die er nicht überwinden konnte. Auch zurück in der Bronx schien er nicht anders dieser Probleme schloss Kalif im Frühling 2015 das College mit Auszeichnung ab. Schließlich kam es zu einem weiteren Streit. Durch seine Medienpräsenz glaubte man, Kalif hätte nun Geld. Kalifs Bruder Kamal wurde deshalb angegriffen. Der Angreifer schmiss ihn zu Boden und klaute seinen Geldbeutel und rannte damit weg. Kalif verlangte von seinem Bruder, dass er zeigen sollte, wo der Angreifer hin sei. Kamal versuchte ihn abzuhalten. Die Polizei kam, schmissen Kamal und Kalif zu Boden und legten beiden Handschellen an. Sie wurden aufs Revier gebracht und gegen Widerstand gegen die Verstreckungsbeamten angeklagt. Der Anwalt Prestia bekam die beiden zwar wieder frei, sie sollten jedoch wegen des Vorfalls am 10. Juni zu einer Anhörung vor Gerichterscheinung. Das löste Panik in Kalif aus. Ich schätze, vor allem die Aussicht, wieder vor Gericht zu müssen, vielleicht wieder nach Rikers geschickt zu werden, war zu viel für Kalif. Am 6. Juni 2015 erhängt er mit einem Kabel befestigt an der Klimaanlage aus dem Fenster seines Zimmers. Er starb zwölf Tage nach seinem 22. Geburtstag. Der Rechtsstreit ging nach seinem Tod jedoch weiter. Vor allem seine Adoptivmutter Venida setzte sich weiter für ihn ein, obwohl sich ihr eigener gesundheitlicher Zustand immer weiter verschlechterte. Während Kalif auf Rikers war, konnte sie nur eines für ihn tun, ihn besuchen. Venida besuchte ihn mehr als 150 Mal, obwohl jeder Besuch eine Tagesreise bedeutete. Nach Kalifs Tod trat nun sein Adoptivvater wieder auf. Im Zuge der Klage wollte Venida, dass dieser eine Verzichtserklärung unterschreibt, dass er eben kein Anrecht auf das eventuelle Geld hat. Er weigerte sich jedoch und er hob seinerseits Ansprüche auf Kalifs Nachlass und das, obwohl er Kalif nie besucht hatte, nicht einmal über ihn gesprochen hatte. Kalif schien ihm egal gewesen zu sein, er zahlte damals ja auch nicht die Kaution. Er glaubte wohl auch nicht an die Unschuld von Kalif, dachte er sei kriminell und schuldig. Venidas Gesundheits Zustand verschlechterte sich immer weiter und auch dieser Prozess wurde immer weiter verschleppt. Venida starb schließlich im Jahre 2016, nachdem sie sehr viel dafür getan hatte, dass Kalifs Geschichte in der Welt bekannt wurde. Sie wollte Kalifs Geschichte abschließen, wollte eine Entschuldigung für ihn entlassen. Erst im Januar 2019 schloss New York City die Zivilklage mit der Familie Browder über 3,3 Millionen US-Dollar ab. Niemand aus dem Büro der Bronx wurde persönlich dafür verantwortlich gemacht, dass Kalif drei Jahre lang ohne Gerichtsverhandlung oder Verurteilung inhaftiert worden war. Ob der Adoptivvater von dem Geld etwas erhalten hat, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Nach dem Suizid von Kalif hatte der damalige New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio Reformen auf Rikers Island veranlasst, um die Gewalt in der Haftanstalt einzudämmen und die Praxis der Einzelhaft für junge Insassen zu beenden. Barack Obama verbot die Isolationshaft für Jugendliche und für kleinere Vergehen. Auch sollte Rikers Island geschlossen werden. Es war klar, dies würde viele Jahre dauern, doch bis heute ist nichts passiert. Eine Schließung liegt in weiter Ferne. Bis heute hat sich auf Rikers kaum etwas verändert, im Gegenteil. Auch im Jahre 2022 starben die Insassen wegen unzureichender medizinischer Versorgung. Es gab über 500 Messerstechereien. Häftlinge starben an Drogenüberdosis und es gab Suizide. Auch gab es gewaltsame Übergriffe des Personals und in einigen Trakten haben die Gangs die Kontrolle übernommen. Es hätte noch so viel mehr zu diesem Fall zu sagen gegeben. Ich musste alles etwas kürzen. Ich hoffe dennoch, dass ich Kalis so erzählen konnte, wie sie es verdient hat, erzählt zu werden. Ich weiß, es ist wohl kein klassischer True-Crime-Fall, aber Kalis Geschichte und auch die seiner Familie hat mich tief berührt. Es ist eine Geschichte, die unbedingt erzählt werden muss. In den USA war es ein recht großer Fall. Vor allem nach Kalis Freilassung und seinem Suizid war das Medieninteresse groß gewesen. Veränderungen wurden versprochen, aber es hat sich bis heute kaum etwas geändert. Rikers Island ist eine eigene Doku mehr als wert. Hier konnte ich bei Weitem nicht alles erzählen. Ich habe vor, ein eigenes Video darüber zu machen, auch weil ich ja neben True-Crime auch Historisches bringen möchte. Schreibt mir gerne, ob diesbezüglich Interesse bestehen würde. Am Ende möchte ich mich noch wirklich von Herzen bedanken. Ich war überwältigt davon, wie positiv ich von euch auf dieser Plattform aufgenommen wurde. Damit hatte ich wirklich absolut nicht gerechnet. Es hat mich umso mehr motiviert und ich freue mich schon jetzt darauf, mich an die Arbeit für ein neues Video zu machen. Ganz liebe Grüße gehen an euch da draußen raus und hoffentlich bis bald.